Und da sind wir gleich bei einem Thema, das ich auch noch unbedingt hier in diese kleine Sonderausgabe mit einbauen möchte, nämlich, ich sag mal so, der aktuelle Stand, was die Vereinspolitik angeht. Also, dass es unruhig werden könnte, war den meisten, denke ich mal, klar nach dem Abstieg. Und ich glaube, nicht wenige haben damit gerechnet, dass Wolfgang Dietrich irgendwann auch seinen Rücktritt verkündet oder, ja, dass der Verein sich von ihm trennt. Wobei, das habe ich eher ausgeschlossen, dass der Verein da derjenige ist oder der Verein sagt, jetzt ist Schluss. Es kam aber dann doch ein bisschen anders. Es gab am Mittwoch eine Aufsichtsratssitzung, da sollte wahrscheinlich nicht nur über Wolfgang Dietrich diskutiert werden, sondern allgemein auch, wie es jetzt weitergeht beim VfB. Und bevor das Ergebnis von Vereinsseite verkündet werden konnte, wie es jetzt weitergeht, hat sich der Anker-Investor schon mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich fasse es jetzt einfach mal kurz zusammen, ja, für uns geht es definitiv mit Wolfgang Dietrich weiter, das ist der richtige Mann und wir müssen jetzt zusammenhalten und, ja, gemeinsam diesen, ich sag mal, erneuten Ausrutscher ausbügeln. Tja, Sebastian, wie hast du diese Pressemeldung vom Daimler empfunden? Das gibt es, glaube ich, auch nur beim VfB, also das 24 Stunden, bevor der Aufsichtsrat tagt, also es war eine turnusmäßige Sitzung, also nicht irgendwie kurzfristig anberaumt und kein Krisengipfel, aber 24 Stunden, bevor der Aufsichtsrat als solcher tagt, schickt dann der Investor, der mit 11, irgendwas Prozent in der AG involviert ist, halt eine Pressemitteilung raus und sagt, ja, wir vertrauen voll und ganz auf die Klubführung und mit Wolfgang Dietrich geht es weiter und mit allen geht es weiter. Und das Schönste finde ich, dass ja dann sogar Wilfried Port in der Daimler-Stellungnahme zitiert wird, der dann ja 24 Stunden in seiner Funktion als Aufsichtsrat dann in der nächsten Sitzung drin hockt, ne, und das ist so skurril, weil er weiß dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr, spricht er jetzt als Daimler-Mitarbeiter oder spricht er als VfB-Vorstand, VfB-Aufsichtsrat und wir selber wissen das ja auch nicht mehr so richtig, ne, also da zurückgehend auf sein Interview in der Zeitung, wo er sagte, ja, Wolfgang Dietrich ist genau der Präsident, den wir wollten. Da hat man sich auch schon gefragt, wer ist denn jetzt wir, ist das der VfB-Aufsichtsrat oder ist das wirklich dann die Führungsriege von Mercedes-Benz? Ja, also das fand ich hochgradig skurril, aber zeigte ja dann auch relativ schonungslos, wie die Sachen beim VfB eigentlich funktionieren. Genau, die Frage wurde jetzt letzten Endes beantwortet, wessen Präsident Wolfgang Dietrich ist. Ja, ich fand es auch fast schon unmöglich, dass der Investor und mit Sicherheit auch ein wichtiger Bestandteil des Vereins, muss man ja so sagen, wie es ist, also im Aufsichtsrat haben die zwei Posten und auch sonst ist natürlich Daimler mit dem VfB eng verbunden, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass es so eine Pressemitteilung wenige Stunden vor dieser Aufsichtsratssitzung gibt. Also ich glaube, dass das schon nochmal so ein Posieren war oder so ein Richtungszeig von Daimler, wer hier eigentlich die Hosen anhat. Also Zufall war das mit Sicherheit nicht. Nee, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also beim VfB könnte ich mir sowas vorstellen, dass sowas Zufall und nicht durchdacht ist, aber bei Mercedes kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Jetzt die Frage, wer auf wen da abwerbt halt. Aber ja, insgesamt irgendwas zwischen skurril und unmöglich oder halt kühl kalkuliert. Aber auf jeden Fall aus Fansicht mal wieder eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Ja, es gab dann auch noch einen Pressetermin. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Wolfgang Wiedrich, Stefan Heim, der Herr Röttgermann, Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat haben eingeladen. Und ich glaube, es durften diverse Pressevertreter ein paar Fragen stellen oder vielleicht gab es auch nur Aussagen, die sie abschreiben durften. Das weiß ich jetzt nicht. Genau, ich würde sagen, es klang doch eher so, als ob sie einfach nur mitschreiben durften halt. Ja, weil überall das gleiche stand. Also es war halt wirklich überall derselbe Wortlaut. Es gab ja nie noch bei irgendeinem Verlag oder so irgendwas, was Neues, was man woanders nicht lesen konnte, sondern im Endeffekt hat man versucht, Fehler einzuräumen. Allerdings immer so ein bisschen versucht, auch die Fehler auf Leute abzuwälzen, die schon nicht mehr im Verein sind. Also ich finde da ganz passend die Äußerung von Wolfgang Dietrich, die überschrieben wird mit Dietrich räumt auch Fehler ein. So, und dann sagt Wolfgang Dietrich, natürlich haben wir Fehler gemacht. Ich ganz persönlich beispielsweise, indem ich zu lange zugesehen habe, dass die Stelle des Sportdirektors unbesetzt blieb. Wir werden für diese Fehler, also jetzt auch wieder wir, für diese Fehler als Verantwortliche gerade stehen und zwar gemeinsam. So, also das ist halt, ich weiß nicht, ob er dann einen Fehler einräumt, vor allen Dingen bezieht er sich ja gar nicht auf die Kritik, die es in den letzten Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren immer in seine Richtung gab. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, Wolfgang Dietrich hat es versäumt, einen Sportdirektor auszuwählen. Letzten Endes ist das ja auch gar nicht seine Aufgabe, sondern das sollte ja eigentlich die Aufgabe sein von Michael Reschke. Und jetzt überlege ich gerade, währenddem ich spreche, ob es dann Wolfgang Dietrich ist, der Reschke dazu bringen muss, dass er dann auch diesen Sportdirektor findet und einstellt. Oder ob das dann nicht eher vom, ja gut, der ist ja eine Vorsitzende des Aufsichtsrats, also es ist schwierig, wie ich diese Äußerung von Wolfgang Dietrich wieder interpretieren soll. Sie klingt nicht falsch, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bei allem, was Dietrich sagt, läuten bei mir alle Alarmglocken. Das ist ja die übliche Taktik, also erstmal sagt man, man hat nichts falsch gemacht, also überhaupt nichts falsch gemacht und wenn man dann merkt, die Stimmung ist schon ziemlich explosiv und so richtig hundertprozentig sauber, komme ich aus der Nummer einfach nicht raus, dann gebe ich halt einen Fehler zu, den mir aber niemand vorgeworfen hat. Also man kann sagen, ja wir brauchen schon ewig einen Sportdirektor, aber schon vor Dietrichs Zeiten eigentlich, aber das hat ihm wirklich niemand vorgeworfen. Man wirft ihm ja ganz andere Sachen vor und zu denen äußert er sich nicht. Das ist halt echt dann wieder so eine Nebelkerze, um dann zu sagen, naja, aber ich stelle mich ja auch nicht als fehlerlos da, natürlich mache auch ich Fehler, aber wie gesagt, das ist einer, das ist echt der einzige Fehler, glaube ich, den man ihm halt überhaupt nicht vorwirft einfach, weil es viele, viele andere gibt, die viel drastischer gewesen sind. Zum Beispiel, dass er halt einen, wie Reschke halt dann halt zu lange hat machen lassen und auch noch viele andere Sachen. Ja, das ist halt auch wieder so eine Taktik, ja, die so ein bisschen Ruhe reinbringen soll, alles so ein bisschen runterkochen, aber ich glaube, das funktioniert halt auch nicht mehr, weil die Leute sehen halt diese Statements, die da halt dann abgedruckt werden überall und denken, ja, das haben wir jetzt schon so oft gehört, aber darum geht es doch eigentlich gar nicht. Und das macht dann irgendwie eigentlich nur noch wütender, anstatt irgendwie das Gegenteil zu bewirken. Eine weitere Aussage von ihm passt da vielleicht ganz gut dazu zum Thema Reschke und zwar sagte Wolfgang Dietrich, vom ersten Spieltag an ist eine Situation eingetreten, dass der Zusammenhalt zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand nicht optimal funktioniert hat. Man kann sagen, den Trainern. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben sich Michael Reschke und Taifun Korkut und auch Michael Reschke und Markus Weinzierl nicht besonders gut verstanden. Ja, also das interpretiere ich auch so. So, dann frage ich mich natürlich, wie kann es denn dann sein, wenn es da irgendwelche Animositäten gibt zwischen Sportvorstand und Trainer, dass du im Sommer noch, ja, verkündest, dass das dein Mann für die nächsten Jahre ist, du den Vertrag verlängerst mit dem kompletten Trainerteam und, ja, eigentlich wenige Wochen später, dann merkst du, nee, also so kann, das kann mit dem Menschen eigentlich überhaupt nicht. Also es muss ja so schlimm gewesen sein, Dietrich führt es ja noch aus, es muss ja so schlimm gewesen sein, dass das wirklich eskaliert ist. Er sagte, das führte dann dazu, dass es bei bestimmten Themen, warte mal, wie hat er das geschrieben? Ich habe das nur ja als Zitat kurz rauskopiert, dann, denn das führte dazu, dass bestimmte Themen, die man hätte aufteilen können, sicher nicht alle optimal gelaufen sind. Und letztendlich sind einige Dinge eskaliert, also aufgrund dessen, dass sich Reschke und Korkut nicht gut verstanden haben, konnte man sich Aufgabenfelder nicht so aufteilen, wie man sich das eigentlich dachte und Dinge sind eskaliert. Ich meine, das ist ja schon eine heftige Wortwahl vom Präsidenten. Nee, vor allem ist er halt in seiner Funktion als Aufsichtsratvorsitzender, muss er den Vorstand beaufsichtigen, also der Michael Reschke dann ja war und dann muss der Aufsichtsrat einschreiten. Und man kann doch jetzt nicht sich nach einer, nach der schlimmsten Saison der Vereinsgeschichte hinstellen und sagen, naja, der Sportvorstand, das war halt eine völlige Krampe und der hat sich halt mit beiden Trainern überhaupt nie verstanden. Und dann fragt sich aber, warum wird denn der Vertrag mit Taifung Korkut verlängert, warum wird dann die Klausel aus dem Reschke-Vertrag rausgestrichen? Also eins von beiden, muss ich sagen, entweder der Trainer bleibt und der Sportvorstand ist der falsche oder andersrum. Aber so wie sie gehandelt haben, schien ja alles wunderbar. Also alle kriegen Verträge, Michael Reschke darf 40 Millionen für Transfers ausgeben und darf dann im Winter nochmal nachlegen und Spieler kaufen, den der VfB überhaupt nicht benötigt. Also und da muss man ja sagen, wenn das wirklich alles so schlimm war, warum hat dann der Aufsichtsrat nicht eingegriffen? Weil das wäre ja seine Funktion, weil ich glaube ja nicht, dass es die Funktion oder die Aufgabe eines Aufsichtsratvorsitzenden oder des Präsidenten des e.V. ist, einen Sportdirektor zu suchen. Das ist nicht seine Aufgabe, also er macht das beim VfB anscheinend, aber das ist eigentlich nicht das, was er machen sollte, sondern er soll halt gucken, dass die Vorstände keinen Quatsch machen. Das macht der Aufsichtsrat und das scheint ja dann auch nicht passiert zu sein, wenn man das jetzt so im Nachhinein raushört. Er hat ja seinen Job sogar noch beschrieben. Er meinte, mein Job ist, jetzt zu schauen, dass wir die Weichen stellen, damit es in geordnete Bahnen weitergeht. Ich habe keinen Zweifel, dass wir als VfB Stuttgart diesen Abstieg vernünftig überstehen. So, da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, wieso ist denn jetzt erst dein Job, den VfB mehr oder weniger wieder nach dem Entgleisen auf die Schienen zu stellen? Du hättest doch davor schon dafür sorgen können, dass man gar nicht erst in die Situation kommt. Ja, genau, sein Job ist es gewesen, zu verhindern, dass der Abstieg dann am Ende als Bilanz dasteht. Das ist sein Job gewesen und die Leute einzustellen, die das hinbekommen, das ist ja nicht geschehen einfach. Und jetzt zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie hier richtig Mist gebaut, aber ich bin genau der Richtige, um das wieder total gut zu machen, wer glaubt denn das einfach? Die Jobbeschreibung, die er hier abgegeben hat, passt ja letzten Endes zum Jahr 2016, als er hierher gekommen ist als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Absolut, genau. 2017. Also da passt das vielleicht, aber zur aktuellen Situation passt das ja überhaupt nicht. Und das ist halt auch wieder genau, was du vorhin gesagt hast. Er gibt Fehler zu, allerdings, oder er sagt, er hätte da und da gar nichts falsch gemacht und führt Dinge an, die man ihm eigentlich gar nicht vorwirft. Und dann haut er halt solche Sätze raus, die im ersten Moment so klingen, wie er krempelt sich die Arme hoch, äh, die Ärmel, nicht die Arme, aber die Ärmel hoch und packt jetzt mit an. Dabei sind das alles Dinge, die hätten schon viel früher passieren müssen, damit es gar nicht so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Und ich wundere mich da, und da möchte ich nochmal einen kleinen Schwank zurück auf Großasbach machen, dass das bei vielen Fans und Mitgliedern gar nicht so ankommt. Denn das, was ich aufgeschnappt habe gestern, war, dass der Großteil der Fans, die zumindest in Großasbach waren, äh, nicht allzu viele Probleme mit Wolfgang Dietrich haben. Und ich hab's ja hier schon mal gesagt, wenn ich so auf der Arbeit oder im privaten Umfeld mit Leuten spreche, dann hört man ganz oft den Satz, ja, jetzt ist halt Dietrich wieder der Schuldige. So, zuerst war's der Trainer, dann war's der Reschke, dann war's irgendwie, dann, ja, irgendein Spieler und jetzt ist es auf einmal der Dietrich. Das wird sich ja nichts ändern, wenn der jetzt geht. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, da gebe ich den Leuten wahrscheinlich sogar recht, dass, wenn Dietrich geht, kommt halt irgendeine andere Marionette vom Daimler. Aber im Prinzip kommt das bei vielen Leuten gar nicht so an, dass Michael Reschke, äh, Quatsch, dass Wolfgang Dietrich hier einige Fehler macht. Es ist halt auch die Frage, wie man da für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann unter den Fans und Mitgliedern. Ist das alles so komplex? Ich glaub, es ist einerseits zu komplex und andererseits macht er's halt natürlich auch einfach gut, ne? Und der VfB macht das gut, also das machen sie dann wirklich gut. Dann gibt's halt hier, ne, es nennt sich, äh, 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 tatsächliche Austausch mit Medienvertretern. Äh, ich lese hier in dem Ding keine einzige Frage von einem Medienvertreter, ne? Ne, also ich lese halt nur irgendwelche Statements, ähm, die man sich halt vorher ausgedacht hat und die halt dann wunderbar rüberkommen. Ähm, und das, ja, das machen sie gut. Und wenn man da halt nicht im Thema drin ist und, und tief im Thema drin ist und ziemlich genau Bescheid weiß und die Sache halt, äh, schon die ganze Saison über verfolgt und den Blick hat, dann, würde ich sagen, dann kauft man das auch relativ schnell, was da gesagt wird. Ähm, und fragt da nicht mal nach, ne? Also, und sagt nicht, naja, gut, jetzt mit dem Sportdirektor, aber was jetzt mit der, mit der, mit der Klausel vom Reschke, die Dietrich dann irgendwie rausgestrichen hat, warum auch immer, ne? Also, warum hat er das denn gemacht? Solche Sachen stehen natürlich nicht drin. Ähm, ja, und sie kommunizieren da auf, äh, aus ihrer Sicht, glaube ich, gut. Ähm, ja, und der, ich nenne es mal so, ähm, mittelmäßig, äh, an Vereinspolitik interessierte Fan, der, der wird das dann so zur Kenntnis nehmen und auch, ähm, so glauben, wie es da steht. Ja, er sagt ja auch, um das nochmal, äh, ja, anzubringen, Wolfgang Dietrich, ich verstehe, dass die Leute jetzt einen Prellbock brauchen und, ähm, ja, er ist hier in Stuttgart Präsident und er rennt mehr oder weniger nicht davon, wenn ihm einmal der Wind etwas stärker ins Gesicht bläst. Das ist ja auch wieder so diese, diese, ja, ich, ich stelle mich dem jetzt, ich versuche, alles, was ich kann, dafür einzusetzen, dass es dem Verein bald wieder besser geht und ich glaube, das reicht vielen dann auch erstmal als Erklärung. Ja, absolut, aber wie gesagt, das ist halt gut kommuniziert, er, äh, begibt sich da ja quasi in die Opferrolle und sagt, naja, klar, jetzt sind die Leute halt total frustriert wegen des Abstiegs und wenn sie jetzt irgendwie ein Feindbild brauchen, meine Güte, dann sollen sie halt mich nehmen, ich kann's halt ab, ne, ich bin ein harter Hund, aber darum geht's ja gar nicht, ne, sondern es geht ja wirklich um, eigentlich um, 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 um seine Person beziehungsweise die ganzen Führungsstrukturen, die es beim VfB geht, darum geht's ja und nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie total sauer sind, äh, dass der VfB abgestiegen ist, sondern, also ich glaube, viele haben ja schon verstanden, dass die, die Gründe dafür, ähm, einfach tiefer liegen. Äh, äh, noch was hat mich hellhörig gemacht und zwar eine weitere Aussage von Wolfgang Dietrich, genau jetzt braucht man doch Führung und Geschlossenheit und ich bin stolz darauf, dass wir das in allen Gremien haben. Das klingt erstmal gut, aber wenn man sich darüber Gedanken macht, ist es vielleicht gar nicht so gut, dass man wirklich Einigkeit und Geschlossenheit in allen Gremien vorfindet, denn es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es, äh, ich sag mal, Leute gibt, die, die vielleicht ein bisschen querdenken und auch Dinge hinterfragen. Das muss jetzt nicht immer gleich heftige Kritik sein in Richtung Dietrich, ja, es kann ja trotzdem sein, dass, dass das komplette Gremium hinter dem Präsidenten steht, aber trotzdem diverse Dinge anders sieht oder zumindest Antworten erwartet. Findest du, dass... Ja, gut, das ist ja mittlerweile, mittlerweile echt so ein, so ein, so ein Running Gag, ne, dass beim, äh, VfB ja alle, wirklich alle Entscheidungen, ähm, offensichtlich einstimmig beschlossen werden, also wirklich alle, und auf Twitter schrieb auch jemand, ne, man muss sich überlegen, also, ähm, alle Gremien haben einstimmig beschlossen, ähm, dass Jan Schindelmeister, irgendwie, äh, keinerlei Ahnung hat und sofort irgendwie weg muss und danach, zwei Jahre später, wurde dann jetzt einstimmig beschlossen, dass Michael Reschkin die Saison alles richtig gemacht hat, also, ja, das ist halt irgendwie, wie, wie, wie schwierig, also, jetzt auf diese Geschlossenheit, äh, und diese Einstimmigkeit, äh, das ist dann mittlerweile halt, äh, auch einfach nur noch so ein, so ein Begriff, weil es, ja, es ist beim VfB einfach so, weil es gibt niemanden, der mal da was anderes sagen würde, ähm, oder jedenfalls taucht, schafft er es dann nie bis in die Öffentlichkeit, ähm, das, äh, ja, ist so ein weiteres Merkmal, finde ich, ähm. Der, der Entscheidungen, die getroffen werden. Aber da sollte aus meiner Sicht der Hebel angesetzt werden, dass im Aufsichtsrat irgendwie, also, es reicht wahrscheinlich nicht eine Person, das müssten dann schon zwei sein, die, äh, zumindest mal nicht einfach nur das absegnen, was ein oder zwei Leute vorgeben, weil das ist der Eindruck, den ich jetzt habe, ja, dass, dass es halt wirklich zwei, vielleicht sogar drei Leute gibt, die da, äh, Dinge durchsetzen und alle nicken das ab und dann darf ein Herr Ohlicher auch noch sein Statement zur sportlichen Situation abgeben, einmal alle drei Jahre und alle denken, ja gut, also, das ist ja die Sportkompetenz jetzt im Aufsichtsrat und wenn der das sagt, dann muss das schon stimmen. Ich finde es auch schade, dass er das mit sich so machen lässt, weil ich finde das cool, kann ich nicht beurteilen, aber es kam für mich so rüber, als ob man den Ohlicher jetzt da, äh, bei der Stellungnahme, äh, eingesetzt hat, ja, um, um, um zu symbolisieren, schaut mal, hier, die Legende, sportlich, Ja, natürlich, ja, so, wenn der das sagt, dann muss das doch auch mal reichen und das ist alles so entlarvend einerseits, aber andererseits kannst du auch nicht direkt jetzt, äh, du kannst daraus keinem irgendwie einen Vorwurf machen, also, das ist genau das Problem. Also, auch solche Statements wie vom Ohlicher oder jetzt auch in diesem, äh, Austausch, ne, das ist halt alles so ein Geschmäckle, also, weiß ich nicht, Sven Mislintat äußert sich irgendwie wochenlang nicht und jetzt ist er dann bei seinem zweiten Gespräch und sagt dann, Wolfgang Dietrich hat in der vergangenen Saison weder den Kader geplant, noch auf dem Rasen gestanden, so der Sportdirektor, und das lese ich und dann denke ich, also, ich kenne jetzt den Sven Mislintat nicht und habe ihn noch nie im Interview gesehen, aber das kommt doch jetzt nicht irgendwie authentisch rüber, ne, also, das ist doch wirklich, als ob ihm jemand einen Zettel irgendwie hingeschoben hat und sagt, du sag das mal, sag das mal bitte, ähm, aber, also, da fällt es mir schwer, irgendwie zu glauben, dass er das irgendwie, äh, aus voller Überzeugung sagt, weil es auch irgendwie eine völlig deplatzierte Aussage ist, man will doch von Sven Mislintat wissen, hey, welche Spieler kommen, wie, 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 wie plant ihr, ne, wie soll der Kader aussehen, wie tauschst du dich mit, mit Tim Walter aus und dann kommt da so ein Satz, wo du denkst, der passt doch überhaupt nicht rein, was soll denn das, ne, ähm, ja, und wie gesagt, also, mit, mit jedem Satz, den man irgendwie liest, mit jedem Medienaustausch, mit jedem Pressegespräch, man liest das und, äh, schüttelt mit dem Kopf, also, so geht es mir jedenfalls. Ja, absolut und man verliert immer mehr Vertrauen, obwohl man eigentlich wahrscheinlich diese Termine ansetzt, um wieder neues oder Vertrauen wieder zu gewinnen von Mitgliedern und Fans und bei mir entsteht genau das Gegenteil, also, ich, ich entferne mich immer weiter von der Spitze, von der Führungsspitze des VfB und das betrifft dann leider Gottes auch wieder so Hoffnungsträger wie Mislintat und Hitzesberger, die aus meiner Sicht das Ganze halt irgendwie mitmachen und ich habe genau wie du das Gefühl, dass es, dass es, dass es vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch ihre Überzeugung, aber es kommt so merkwürdig rüber, weil eigentlich dieser Satz, wie du sagst, momentan überhaupt nicht angebracht ist aus meiner Sicht von Sven Mislintat. Natürlich aus vereinspolitischer Sicht macht der schon Sinn, der Satz, aber eigentlich will ich von ihm dazu jetzt gar nicht so viel hören und Hitzesberger hat sich auch jahrelang, jahrelang ist jetzt übertrieben, aber lange nicht zu diesem Thema Wolfgang Dietrich geäußert und sagte ja jetzt auch, wir können diese Aufgabe nur im Team schaffen und er ist Teil des Teams. Ja, also da wird sich ja ganz klar positioniert und was ich halt glaube ist, dass man schon versucht, jetzt nach außen hin einen Zusammenhalt zu symbolisieren und man denkt, okay, wenn wir jetzt geschlossen auftreten, dann setzt das vielleicht, oder dann, ja, ist das ein Zeichen in Richtung Fans und Mitglieder. Die Vereinsführung steht zusammen und die Mitglieder müssen halt einfach mitmachen. Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, sonst könnte man ja auch wieder sagen, ja gut, wenn die Fans uns nicht unterstützen, beziehungsweise die Mannschaft nicht, ist es halt auch schwer, dann perfekte Leistungen auf dem Rasen zu bekommen oder ja einfach wieder neue Begeisterung für den Verein zu empfachen. Also man wälzt dann die Schuld so ein bisschen ab, aber mir kommt das alles sehr unreflektiert aktuell rüber. Also auch nirgendwo gravierende Schuldeingeständnisse, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist mir viel zu wenig von der kompletten Vereinsführung, nicht nur von einer Person, sondern eigentlich von allen. Da gibt es niemanden, der ein kritisches Wort, also wirklich so ein offensichtlich kritisches Wort mal rauslässt, sondern immer wird so verschwobelt über irgendwelche Leute gesprochen, die schon längst weg sind, Spieler werden plötzlich in die Pflicht genommen, da wurde lange nicht drüber gesprochen, ja, und jetzt auf einmal sind dann doch ein paar Spieler vielleicht zu hinterfragen. Das sind alles so Dinge, ach, das wirkt nicht, das wirkt nicht so, als ob man wirklich aus diesen Fehlern lernt, die man gemacht hat, die jetzt dazu geführt haben, dass man zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren abgestiegen ist. Genau, und ich denke, letztes Mal beim Abstieg waren halt irgendwie Präsident, Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer waren alle weg, diesmal sind sie auch alle weg, aber schon vorher quasi gewesen, bis auf den Präsidenten halt, und es fällt einem so ein bisschen schwer, wie es dann, dass es in der neuen Saison irgendwie mit einer veränderten Denkweise weitergeht, oder es hat eher einen Anschein, als ob es eigentlich nur mit anderem Personal weitergeht. Also ich denke, dass Thomas Hitzelsberger schon ein Konzept hat, wo er sagt, wir müssen vom Verein her halt Leitplanken vorgeben, wir müssen das Konzept vorgeben, der Trainer muss das halt dann verfeinern, anpassen quasi, aber wir sagen, wie es funktioniert. Und das auch dann, glaube ich, in Bezug auf Jugendspieler und so weiter, dass man sagt, ja, du kannst bleiben unter den Bedingungen und sonst, gut, dann ist er halt weg und geht dann nach Sinsheim oder nach Freiburg. Also ich denke, diese Idee, die er hat, die ist gut, die Frage ist halt, kann er sie halt so durchsetzen, wie er das gerne möchte, oder stößt er dann auch wieder intern an Widerständen und sehen wir dann wieder das Gleiche, was wir schon jahrelang sehen. Und das wird dann ganz spannend zu sehen sein, also wie sich dann Hitzelsberger misslehnt hat, Walter quasi vertragen mit dem Aufsichtsrat und auch den anderen Vorständen und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ja, also da bin ich genauso gespannt, vor allem, wie Sven Mislintat das mitmacht, denn ich kann mir schon vorstellen, dass er sich jetzt gedacht hat, okay, so ein paar Sätze, die muss ich halt einfach auch rauslassen, eben um Geschlossenheit zu symbolisieren, aber man weiß ja auch aus Dortmunder Zeiten, dass Mislintat jetzt niemand ist, der, ja, nicht seine Meinung durchsetzen möchte. Also er ist ja auch so ein bisschen an seinem Charakter gescheitert in Dortmund, mit Sicherheit sind da zwei aufeinander getroffen mit Mislintat und Tuchel, die beide sehr, wie soll man sagen, kraftvolle Charaktere sind. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Mislintat das nicht ewig mitmacht, dieses Affentheater hier beim VfB Stuttgart. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Natürlich mit dem Erfolg, mit einem möglichen Erfolg würde da natürlich auch wieder Ruhe einkehren, das ist immer so. Aber nichtsdestotrotz birgt die aktuelle Situation halt immer noch so viel Gefahren, denn wir sehen es jetzt in Dortmund, äh, in Hamburg, was passieren kann, wenn du nicht direkt wieder aufsteigst. Dir gehen noch mehr Euro durch die Lappen und plötzlich, ja, musst du mit einem Budget auskommen im zweiten Jahr, das halt dann wirklich Budget eines Weitligisten ist. Und die Gefahr sehe ich beim VfB durchaus. Also das ist schon etwas, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir haben halt grundsätzlich, ne, nächste Saison, glaube ich, echt eine ganz, ganz explosive Mischung. Also schon jetzt bevor die Saison überhaupt mal das Training begonnen hat, muss man sagen, das ist eine Gemengelage, die hat es in sich. Du hast den Konflikt, äh, Dietrich gegen, äh, versus Fans hast du erstmal, ne, dann hast du, äh, einen Trainer, ähm, mit dem Walter, der auch, ähm, der der Ruf vorauseilt, auch nicht so der Allereinfachste zu sein. Äh, dann hast du Sven Mislint hat, der einen ähnlichen Ruf hat, dann hast du Thomas Hitzberger, der das dann vielleicht irgendwie äh, äh, moderieren muss, ähm, ja, und dann hast du dann auch ein, ähm, doch quasi eine Erwartungshaltung, dass der direkte Wiederaufstieg, äh, klappt. Und, äh, ich bin echt mal gespannt, wie, wie das läuft, also ob wir dann auch dann demnächst so Spiele sehen, äh, wie gestern in Großasbach und wir dann nach 3-1 Führung noch 3-5 verlieren oder ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, äh, ziemlich heiß wird und, äh, total gut werden kann, aber dass man auch irgendwie nach sieben Spieltagen vielleicht sagt, um Gottes willen, wir müssen irgendwie alles wieder anders machen, weil so, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, die Variante, die Thomas Hitzberger da gewählt hat mit, ähm, Tim Walter als Trainer, ähm, ist mutig, äh, aber birgt natürlich auch hohes Risiko, ne, also da holst du ja, siehst du, Hannover holt Slomka, äh, Hamburg holt Hecking, das ist so, wie wir damals, äh, Luhu-Kai dann geholt haben, ne, da hast du, denke ich, einfach eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die Saison kein Fiasko wird und dass du da auch aufsteigst. Es ist halt total langweilig und vorhersehbar, ähm, und auch wahrscheinlich keine Lösung von Dauer, aber es ist so eine safe Variante und die haben wir jetzt mit Tim Walter meines Erachtens, ähm, überhaupt nicht. Äh, was nicht heißen soll, ähm, dass das ganz großartig werden kann. Ja, also ich, ich hab da, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich wirkliche Erwartungen habe an Tim Walter, weil ich kenn den Kader noch nicht, wie der letzten Endes aussieht. Und, äh, ich, ich bin einfach mal gespannt, was er für Ideen hat, ob das so funktioniert. Aber, äh, jetzt so ganz konkrete Erwartungen habe ich eigentlich nicht. Ich will natürlich unbedingt wieder aufsteigen, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite, und die Gedanken habe ich mir gestern auch gemacht, bin ich vielleicht auch bereit zu sagen, okay, wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich die Mannschaft umbaut und auf Jugend setzt und es reicht dann letzten Endes nicht, aber nicht, weil man Fehler gemacht hat, sei es jetzt durch Spielerverpflichtungen oder zum dritten Mal einen Trainer wechselt in einer Saison, dann ist es vielleicht auch so. Also, wenn man wirklich das Konzept verfolgt und das vielversprechend ist und man halt einfach, äh, ja, Lehrgeld bezahlen muss in der ersten Zweitligasaison dann, wäre ich, glaub, eher bereit, das Ganze mitzutragen, als wenn das wieder so ein kurzfristiger Erfolg wird, wie nach dem letzten Aufstieg. Obwohl ich weiß, dass es natürlich finanziell eine Katastrophe wäre, nochmal ein zweites Jahr zweite Liga. Genau, und ich glaube, es ist auch nur irgendwie so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, weil, ähm, der Trainer beim VfB, der nach dem Abstieg halt den Wiederaufstieg nicht schafft, wird keine zweite Saison haben, ne, also da müssen wir nicht drüber reden, also wenn du nach zehn, zwölf Spieltagen da irgendwie Achter, Siebter, Zehnter bist, dann wird der VfB den Trainer wechseln und es wird niemand beim VfB sagen, äh, wir sind überzeugt von dem, was Tim Walter macht, wir wollen jetzt mit jungen Spielern, aber es wird halt wahrscheinlich zwei Saisons dauern und er ist unser Trainer, auch wenn er den Aufstieg, äh, nicht schafft, ne. Aber dieses Statement wird es nicht geben und es ist klar, wenn er keinen sportlichen Erfolg hat und nicht da unter den Top 3, 4 steht, dann wird es wie immer so sein und wir haben dann im Herbst einen neuen Trainer halt, ne, muss man sich ja schon mit, äh, mit abfinden.